Und weiter geht es jetzt mit einem Welt-Talk-Spezial aus Davos. Chefredakteur Jan-Philipp Burgert spricht mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Welt-Talk-Spezial aus Davos vom Weltwirtschaftsforum. Und bei uns ist nun ein Gast, der schon in jungen Jahren wie kaum ein anderer die höchsten politischen Gipfel erklommen hat, dann aber vor etwas mehr als zwei Jahren zurücktreten musste. Die Rede ist von Sebastian Kurz, dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, der inzwischen eine Karriere als Unternehmer eingeschlagen hat. Hallo Herr Kurz. Hallo. Sie haben eine Firma für Cybersicherheit, Dream Security. Die ist bewertet mit 200 Millionen Euro nach Medienberichten. Was macht Ihnen denn mehr Freude? Das große Geld oder die große Politik? Also ich habe die Politik immer genossen. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dem eigenen Land dienen zu dürfen. Aber genauso wie ich die zehn Jahre in der Politik immer geschätzt habe und das sehr, sehr gern gemacht habe, ist es auch sehr interessant, einmal etwas anderes zu tun, andere Bereiche kennenlernen zu dürfen. Ich bin sehr viel im Ausland unterwegs und habe unternehmerisch in Tel Aviv gestartet und gebe zu, dass diese neue Welt für mich täglich neu ist, immer wieder Überraschungen bringt, aber auch eine sehr, sehr spannende ist. Also ich genieße die Zeit auch sehr. Hier in Davos machen Sie beides. Sie haben wirtschaftliche Kontakte, sprechen aber auch viel noch mit Politikern. Lassen Sie uns ein bisschen über das politische Klima in Europa sprechen. In Deutschland ist die AfD in bundesweiten Umfragen auf Platz zwei. In Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ auf Platz eins sogar in den allermeisten Umfragen. In Italien regiert eine Rechtspopulistin. In Holland hat ein Rechtspopulist die Wahl gewonnen. Lässt sich dieser Vormarsch der Rechtspopulisten in Europa aus Ihrer Sicht überhaupt noch stoppen? Also zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht alle immer in einen Topf wirft, nicht alle vergleicht. Ich glaube, dass zum Beispiel in Italien Meloni einen sehr guten Kurs für das Land eingeschlagen hat und da eigentlich auf einem guten Weg ist mit ihrer Regierung, ist zumindest mein Eindruck. Aber es stimmt natürlich, in den Niederlanden und anderen Ländern gab es Erfolge für rechtspopulistische Parteien. Und wenn ich auf das Jahr blicke und auf die EU-Wahlen blicke, dann würde ich sagen, die Meinungsumfragen in vielen Ländern deuten darauf hin, auch in Deutschland, in Frankreich und anderswo, dass es hier sicherlich ein stärker werdender Rechts- und Mitte-Rechtsparteien geben wird. Ich glaube, zum einen sind das ganz normale Bewegungen, die es immer wieder in einer Demokratie gibt und auch geben darf. Und zum anderen, glaube ich, ist es natürlich auch darauf zurückzuführen, dass es immer wieder Trends gibt, die vielleicht nicht von allen geschätzt werden. Die ganze Vogue-Bewegung, das Gefühl, dass man gewisse Meinungen gar nicht mehr sagen darf, dass man, wenn man eine Meinung hat, die nicht dem Mainstream entspricht, dass man gleich als rechts- oder rechtsradikal abgetan wird. Ich glaube, das alles unterstützt natürlich Rechtsparteien. Insofern würde ich mir manchmal einen, auch als Staatsbürger jetzt heute, einfach einen etwas entspannteren Diskurs wünschen, wo alle Meinungen zulässig sind, wo alle Meinungen auch vertreten werden dürfen und wo dann der Bürger die Möglichkeit hat, sich die für ihn passendste und beste auszuwählen, ohne dass der eine den anderen versucht, herabzuwürdigen oder in eine Ecke zu stecken. Als eine Erklärung haben Sie jetzt gerade diese Vogue-Kultur angesprochen. Ein weiteres großes Thema, was wahrscheinlich viele rechtspopulistische Parteien treibt, ist natürlich die Migration. Glauben Sie, dass die EU-Asylreform, die jetzt gerade geplant ist, mittel- und langfristig daran wieder etwas ändern kann oder wird das wirkungslos bleiben? Also zunächst einmal bin ich immer schon froh und dankbar, Staatsbürger, wenn erkannt wird, dass es hier ein Problem gibt und wenn versucht wird zu handeln. Aus meiner Sicht hat die Europäische Union und haben viele in Europa viel zu lange so getan, als wäre illegale Migration kein Problem. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit, als mein Team und ich die Meinung vertreten haben, dass einfach Staaten entscheiden müssen, wer zuwandern darf und wer nicht und nicht Schlepper, ist das als rechtsradikal abgetan worden. Jetzt ist das Gott sei Dank schon mehr und mehr auch eine Meinung vieler in Europa geworden. Und das ist einmal grundsätzlich gut so. Trotzdem, glaube ich, das zeigen ja die Zahlen recht eindeutig, dass Europa noch immer nicht steuert, wer zuwandert, dass noch immer sehr, sehr viel illegale Migration stattfindet. Und Überraschung, Überraschung, das führt nicht zu einer Bereicherung der Gesellschaft, wenn das nicht gesteuert stattfindet, sondern das führt natürlich auch zu vielen Problemen. Und das spüren die Menschen und daher gibt es natürlich zu Recht eine Unzufriedenheit. Daher kurz zusammengefasst, ich glaube, jeder, der sich bemüht, hier einen Beitrag zu leisten, auch wenn es nicht sofort vielleicht Wirkung zeigt, der liegt einmal grundsätzlich richtig. Und diejenigen, die noch immer so tun, als gäbe es das Problem nicht, die werden hoffentlich irgendwann aufwachen in diesem Bereich. Sie haben in Österreich als Bundeskanzler gemeinsam mit der FPÖ regiert. In Deutschland ist es so, dass die CDU noch von einer Brandmauer spricht gegen die AfD. Glauben Sie, die Union wird das auf Dauer durchhalten können? Also ich würde sagen, man muss einmal damit beginnen, dass FPÖ und AfD nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar sind und dass die Geschichte natürlich auch der letzten 10, 20 Jahre eine unterschiedliche ist. Die FPÖ hat in Österreich schon einmal auf Bundesebene unter Wolfgang Schüssel regiert. In den 2000er Jahren, die FPÖ ist in mehreren Landesregierungen. Insofern würde ich sagen, kann man das nicht eins zu eins mit Deutschland vergleichen. Würden Sie denn der CDU raten, diese Brandmauer aufrechtzuerhalten gegenüber der AfD? Also Sie wissen, ich bin ein Christdemokrat und stehe der CDU-CSU nahe. Insofern freue ich mich, dass die CDU-CSU in den Umfragen führt. Und ich glaube, dass Friedrich Merz und die Partei auf einem guten Weg sind. Und ich freue mich, dass da ein starker Zuspruch da ist. Was es sicherlich von mir nicht gibt, ist Ratschläge für die CDU-CSU. Sie haben jetzt eben kurz die Historie der FPÖ angesprochen. Mit dem ganzen Wissen von heute und der historischen Entwicklung, bereuen Sie manchmal, dass Sie der FPÖ in der Koalition mit auch nochmal an die Macht geholfen haben? Na, überhaupt nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit der FPÖ, auch wenn die Koalition dann ein Ende gefunden hat. Aber die Zusammenarbeit mit der FPÖ war eine, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und es gab unglaublich hohe Zustimmungswerte auch in der Bevölkerung für diese Regierung. Wenn Sie sich die, ich bin ja mein Freund von Zahlen, Daten und Fakten, wenn Sie sich anschauen, wie die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dieser Regierungskonstellation war, das finden Sie nicht so schnell anderswo. Ich glaube auch, dass wir wirtschaftspolitisch, aber auch im Kampf gegen illegale Migration, aber auch in gesellschaftspolitischen Fragen sehr viel weitergebracht haben. Und auf diese Zusammenarbeit und was uns da gelungen ist, bin ich nach wie vor sehr stolz. Und insofern kann ich nur sagen, ja, ich bin froh, dass ich damals diese Regierung so gestartet habe, weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit eigentlich relativ viel zusammengebracht haben. Kommen wir vom Politischen, ein bisschen aufs Persönliche. In Österreich stehen Sie vor Gericht, sind angeklagt wegen des Vorwurfs der Falschaussage und im schlimmsten Fall würden Ihnen bis zu drei Jahre Haft drohen. Wie groß ist Ihre Angst, tatsächlich ins Gefängnis zu müssen? Also ich kann Sie beruhigen, meine Angst ist überschaubar. Aber ich gebe zu, dass das etwas ist, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann und wo ich auch das Gefühl habe, dass das in Summe jetzt unabhängig von meiner Person der Demokratie nicht unbedingt gut tut. Ich glaube, wir haben eine Entwicklung in nicht nur Österreich, sondern vielen Ländern dieser Welt, das gegen Politiker juristisch vorgegangen wird. Dass es nicht mehr nur ein Wettbewerb der besten Ideen ist in der Politik, sondern dass versucht wird, durch Anzeigen andere schlecht zu machen oder im Idealfall sogar vor Gericht zu bringen. Und genau in der Situation waren schon viele. Ich bin es jetzt auch und kann nur sagen, ich habe mir strafrechtlich nie etwas zu Schulden kommen lassen und hoffe natürlich auch, dass vor Gericht jetzt festgestellt wird, dass das so ist. Der Vorwurf, dass ich vor sechs Jahren in einem U-Ausschuss falsch ausgesagt haben soll und hier jetzt darüber diskutiert wird, ob ich statt informiert involviert hätte sagen müssen oder ob ein Nah auf ein Nie eine doppelte Verneinung, ein Widerspruch oder eine Bejahung ist. Das ist etwas, wo ich glaube, dass es eigentlich nicht den Gerichtssaal dafür bräuchte. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie glauben, dass teilweise diese Anklagen auch politisch motiviert sind. Ich weiß ja, wer mich angezeigt hat. Das waren Vertreter der Opposition, ist auch in Ordnung. Und ich nehme es zur Kenntnis, ich glaube nur, dass das nicht die beste Entwicklung für die Demokratie in Summe ist, unabhängig von Österreich und meiner Person. Sie haben auch den Vergleich zum Ausland angestellt. Donald Trump zum Beispiel, der sagt ja auch, es gäbe eine politische Hexenjagd gegen ihn. Da laufen mehrere Verfahren. Sehen Sie persönlich da auch Parallelen zu Donald Trump? Ich sehe keine Parallelen, weil man weder Österreich noch mit den USA noch mich mit Donald Trump vergleichen kann. Aber was definitiv stattfindet, ist, dass auch in den USA gerade eine sehr juristische Debatte stattfindet, ob er das Recht hat, bei Vorwahlen anzutreten oder nicht. Und in Summe, glaube ich, wenn ich mir das Klima in den USA anschaue, dann würde ich sagen, es ist ein sehr radikalisiertes, es ist ein sehr gespaltenes Land. Und es gibt sehr viel Verbitterung zwischen den zwei politischen Lagern. Und ich bin immer ein Fan davon gewesen, eine starke Meinung zu haben, klar für die eigenen Anliegen einzutreten, aber trotzdem zu versuchen, respektvoll im Diskurs zu sein. Und ich glaube, in den USA sieht man, wie sich die Dinge entwickeln, wenn dieser Diskurs nicht mehr von Wertschätzung geprägt ist, sondern am Ende des Tages eine juristische Auseinandersetzung wird. Jetzt hat Donald Trump die Vorwahlen in Iowa triumphal gewonnen. Er ist damit der Kandidatur bei den Republikanern einen großen Schritt näher gekommen, könnte möglicherweise in diesem Jahr auch wieder ins Weiße Haus einziehen. Was würde das für Europa aus Ihrer persönlichen Sicht bedeuten? Also ich bin kein Wahrsager, aber ich kann Zeitung lesen und habe einige Menschen, die ich aus meinen Zeiten in der Politik gut kenne und mit denen ich im Austausch bin. Insofern würde ich sagen, wir alle wissen nicht, wie die Sache ausgeht. Es wird jetzt einmal eine Entscheidung des Supreme Courts geben, wo mal geklärt wird, ob er überhaupt uneingeschränkt kandidieren kann oder nicht. Und wenn das der Fall ist, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass in diesem Wahljahr 2024 Trump und Biden wieder gegeneinander antreten. Und wie das dann ausgeht, das steht in den Sternen. Bleiben wir noch ein bisschen in der Weltpolitik. Sie haben mit Ihrer Firma den Sitz in Israel. Jetzt war die deutsche Außenministerin gerade in der Region und hat Israel relativ deutlich kritisiert für das Vorgehen im Gaza-Streifen seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober. Halten Sie eine solche Kritik für angemessen? Also schauen Sie, ich bin einerseits in meiner Haltung immer sehr klar gewesen und habe immer gegen jede Form von Antisemitismus angekämpft und den Staat Israel stets unterstützt, weil ich glaube, dass Israel ohnehin in keiner einfachen Situation ist, insbesondere in dieser Region. Ich glaube, dass sehr viel Positives in den letzten Jahren passiert ist, insbesondere die Abraham Akkords, das Zusammenrücken von Israel und einigen Golfstaaten bzw. muslimisch geprägten Ländern, das ist ein historischer Erfolg gewesen. Und der Terroranschlag der Hamas hat nicht nur unendliches Leid gebracht, sondern er war natürlich auch ein Versuch, da einen Spalt hineinzutreiben. Und das ist etwas, was ich extrem bedauerlich und eigentlich dramatisch für die gesamte Region empfinde. Darum hoffe ich, dass trotz dieses massiven Terrorangriffs, dieser unglaublichen Brutalität, dieser Gräueltaten, dass die Region sich nicht spalten lässt und dass der Weg des friedlichen Miteinanders fortgesetzt wird. Dass Israel sich selbst verteidigen muss und gegen den Hamas-Terror ankämpfen muss, gegen die Hamas ankämpfen muss, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Hoffentlich gelingt es, die Hamas zu besiegen und dann auch eine positive Zukunft für den Gazastreifen voranzutreiben. Ich glaube, dass das eine Region ist, wo alle zusammenhelfen müssen, dass es hier einerseits Sicherheit gibt und zum anderen auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Und alle Israelis, mit denen ich in Kontakt bin, die wollen das genauso wie viele der Araber in den Golfstaaten oder Nachbarländern wie Ägypten. Und insofern bin ich langfristig, mittelfristig nach wie vor voller Hoffnung. Aber ich gebe zu, auch wenn man das persönlich miterlebt, eine unserer Mitarbeiterinnen zum Beispiel war direkt vor Ort betroffen, umzingelt von Hamas-Terroristen. Wenn man das persönlich miterlebt, dann lässt einen das natürlich nicht kalt. Herr Kurz, wenn man Sie so sprechen hört, dann merkt man noch die Leidenschaft für die Politik. Wenn ich jetzt wetten wollen würde, dass Sie irgendwann in die Politik zurückkehren, wie groß wären dann meine Siegschancen? Kommt darauf an, wie Sie wetten. Wenn Sie auf die Rückkehr in die Politik wetten, dann werden Sie verlieren. Ich fühle mich bei dem, was ich mache, jetzt sehr wohl. Aber ja, ich habe nach wie vor eine Meinung, bin interessiert und freue mich jedes Mal, Sie wiederzusehen. Wir werden sehen. Herr Kurz, herzlichen Dank für das Gespräch und wir geben aus Davos zurück nach Berlin in den Newsroom. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.